Jo Leute, was geht ab überhaupt startet? Herzlich Willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr seht's im Hintergrund. Im heutigen Video sind wir einfach auf einem Lucky Block Creeper und müssen überleben zusammen mit der Crymax. Das geht. Was geht ab? Freunde, ihr seht schon, Junge, es wird so wild heute. Es gibt keine normale Welt. Also wir sind einfach nur auf einem Creeper. Krass. Guck mal, wenn du hier an der Seite runter guckst, da ist einfach nichts. Und wenn wir runterfallen, sterben wir. Passt da besser auf an der Kante. Freunde, es gibt eine Regel. Wir müssen überleben und wir müssen Minecraft durchspielen. Ich hab keine Ahnung, wie wir das hinbekommen sollen. Aber irgendwie kommen wir ins Ende. Also irgendwelche Lucky Blöcke sorgen dafür, dass wir ins Ende kommen. Deswegen, wir müssen uns krass equippen. Hier kommen auch Monster raus und keine Ahnung, was jetzt... Let's go! Ich bin auch mittendrin, Junge. Was für Let's go! Let's go! Junge! So ein 31er. Hier ist wirklich so viel Zeug drin. Hier kommen auch Mobs und sowas aus den Lucky Blöcken, die uns komplett auseinander nehmen. Aber Freunde, ich würde sagen, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wir starten rein. Und mach du mal den ersten auf. Was denn? Let's go! Let's go, Junge! Bevor wir jetzt wieder rein starten, das heutige Video wird euch unterstützt von Dragon Media Legend. Wer das Game von euch noch nicht kennt, das ist quasi ein richtig geiler Drachen Simulator, in dem ihr euch eure eigene Drachenarmee aufbauen könnt. Und wenn ich Armee sage, dann meine ich das auch. Denn es gibt einfach über 900 verschiedene Drachen, welche ihr sammeln, züchten oder sogar kämpfen lassen könnt. Und was ich persönlich auch übertrieben feierfreunde, ihr könnt halt mit Freunden sogar Gilden erstellen. Und mit denen dann Seite an Seite kämpfen. Das Coole ist, im magischen Universum von Tragolandia könnt ihr halt einfach eure komplett eigenen Fantasy-Inseln designen und dekorieren. Mit halt den verschiedensten Farmen und Habitaten. Und eure Aufgabe ist es dann, die verschiedenen Elemente zu meistern und die epische Schlacht gegen die Wikinger zu gewinnen. Das Ganze ist kostenlos verfügbar für Computer, für Mobile und für Tablet. Ihr seht es auch gerade im Hintergrund. Wenn ihr euch das Ganze halt, wie gesagt, über den Link runterladet, bekommt ihr einfach noch 7 VIP-Tickets, 50.000 Food und 100.000 Gold nach Abschluss von dem Tutorial. Alle Links in der Videobeschreibung, über den Link kommt ihr direkt drauf. Vielen Dank für die coole Kooperation. Wir starten wieder rein und let's go. Ich würde sagen, Lukas, ich mach einfach mal den ersten Block auf. Let's go. Okay, hau rein. Okay, komm, komm, komm. Ich mach jetzt hier auf. Lama. Was ist das? Du was? Lydia? Versuch die mal zu schlagen, was ist dann passiert? Die spuckt nicht an. Spuckt zurück. Was ist das? Vielleicht kriegt man irgendwas krasses aus dem, die Lydia. Okay, ja, dieses Bonn-Leder können wir für Bücher... Junge, sag mal. Hey, warte mal. Guck mal, dahinter sind andere Lucky-Blöcke. Guck mal. Mach mal schnell den nächsten auf. Mach mal schnell den nächsten auf. Vielleicht kriegst du was krasses. Die spucken uns hier kaputt. Oha, ich hab einen Nether-Stern. Für Beacons und so. Okay, das ist auch gut. Junge! Ich bin gleich tot. Ich muss mal schnell den nächsten aufmachen. Oh mein Gott, guck mal. Ich hab 20 Dias bekommen. Und Chickens. Da waren 20 Dias und Chickens. Oha. Okay, wir brauchen Holz. Wir können mit den Dias gar nichts machen. Wir haben gar kein Holz. Das bringt uns leider echt wenig. Ich muss hier mal die Lamas runter machen. Komm, lass dich erst mal runterschießen. Weg mit dir. Sehr gut. Okay, bist du bereit? Guck mal, hier sind einfach andere. Es gibt hier so goldene. Und es gibt sogar noch schwarze Lucky-Blöcke. Aber sie sind generell voll viele verschiedene. Ich mach einfach den schwarzen auf, oder? Ja, mach mal. Das ist echt gar nicht so einfach. Ey, das Ding ist, da können halt auch Sachen sein, die uns komplett auslachen. Warte, warte, Lukas. Alles gut, passiert nichts. Vertrau mir, Bruder. Mach, jetzt kannst du aufmachen. Guck, wie er weg geht's. Jetzt kannst du aufmachen. Ey, dir ist schon... Und by the way, ne, Freunde, wir haben es doch gar nicht gesagt. Wenn wir sterben sollten durch irgendwas für eine Lucky-Block, sind unsere Inventarsachen alle weg. Weg, null. Wir sind wieder auf null. Wir sind komplett auf null, okay. Dann endet das Video. Ich weiß nicht, warum ist der schwarz? Ist der böse, oder? Egal. Vielleicht ein Nether-Ride drin. Lukas, passiert schon nichts. Mach mal. Egal, geht nach hinten. Egal, komm. Hä? Oh, ich hab beide. Aber? Hä? Was war da? Lol, was ist das denn? Was hast du bekommen? Das habe ich noch nie gesehen. Hä? Lucky Spear. Was ist das denn? Oh. Oh. Yo, yo, bro. Alter, was ist das denn für eine krasse OP-Waffe? Oh mein Gott. Stärke 2, Schlag 2, Flamme und Mending drauf. Alter, das ist krank. Let's go. Und der hat irgendwie so Spezialfähigkeiten, dass da so 1000 Pfeile auf einmal kommen. Yeah, übelst schnell. Okay, ich will jetzt auch was krasses bekommen. Let's go. Und? Was hast du bekommen? Kohle. Ich habe 13 Kohle bekommen. Ja, aber ist auch wichtig. Damit kannst du Kohle kohlen. Loser. Wie viel Pfeil hast du eigentlich? Äh, 11. Und du? 18. Oh. Oha, Ehrenmann. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich mache mal hier so ein... Wobei, du hast gerade einen goldenen hier. Oh. Guck mal hier oben. Ey, Bro, wie viele gibt es denn hier? Wie, was, was, was? Guck mal, hier ist so ein Regenbogen-Seil. Ach, das sind nochmal andere Blöcke. Okay, ich mache das Regenbogen-Ding auf. Mach mal, probier mal. Okay, let's go. Hä? Wasser? Jetzt kommt Wasser. Hast du irgendeinen Block? Nee, ich habe gar nichts. Okay, komm, dann mach den nächsten. Okay, ich mache einfach mal hier nochmal. Oh. Jo, wie viele sind es da? Warte mal. Da steht jemand drin. Wer ist das? Ein Creeper. Hä? Warte, wir müssen den befreien. Ach, Mann. Nein, das ist eine Hexe. Nein, das ist... Okay, weg, weg, weg. Warte. Ich schieße die ab. Mach den mal weg, mach den mal weg. Ey, die verzauberst du. Bro, oh mein Gott, ich kriege Schaden. Ey, wenn ich jetzt das Ding hier ver- Ich habe auch gar nichts zu essen. Ach, du Heilige. Bro, da kommt Creeper. Was ist das denn? Ey, du musst das regeln. Ich habe nichts. Ja, Bro. Ah, die wirft Tränke auf uns. Nein. Ich bin gleich tot. Als ob ich jetzt schönes erste Mal sterbe. Ey, hier ist aber Loot jetzt. Ach, das ist von dir der Loot. Oh, ich bin auch tot. Ey, das ist ja voll schwer. Ich kann es aber wieder einsammeln. Jetzt reicht es. Bam, Junge. Okay, ich habe sie weggemacht. Bro. Kommst du zu mir? Aber was kriegen diese Rainbow-Dinger? Ey, Junge. Hallo. Ey, was ist das denn? Okay, mach das Feuer. Wie sollen wir jetzt endkommen, Freunde? Das ist ja unmöglich. Eine Musikblock. Ey, kann ich mal bitte eine vernünftige OP-Waffe oder sowas haben? Oh, was ist das hier? Guck mal. Ich habe überhaupt nichts krasses. Egal, ich mache ihn auf. Ein Slime. Äh, mehrere Slimes. Oh, ich kriege die Welle auf. Das sieht wieder ganz gefährlich aus. Hä? Ey, Junge, ich habe ein halbes Herz. Chill mal. Sorry. So. Okay, ja, komm, mach du den nächsten. Oder warte, warte. Können wir das töten? Ja, wir kriegen Fleisch. Ja, warte, da hinten. Irgendwas ist kaputt gegangen. Guck mal, die sind im Creeper drin, ne? Man sieht ja die Name-Tags von denen. Ja, guck mal, die sind da voll weit drin. Kann man da irgendwie rein? Vielleicht ist da ein Hohlraum da hinten. Wir müssen uns da mal reinbauen. Wir müssen da auch irgendwie mal Holz anpflanzen. Ich mal rein auch. Oh, Suppen. Oh, Suppen ist strong. Essen, kein Problem mehr. Ich kann dir ein paar geben. Ich mache die auf. Oha, was haben wir... Hä? Was ist da? Ich habe bekommen Karmesinwurzeln und ganz viele verschiedene Pilze. Aber das ist alles nur Müll. Weg. Weg. Ich will jetzt auch mal... Hey, was da ist schon wieder was Schlechtes? Was ist das? Ich kenne es nicht. Ich glaube, diese ganzen schwarzen und Regenbogen und was da alles für Lackenblöcke gibt. Sogar pinke gibt es da. Ich glaube, das sind aber alles stärkere. Ich mache mal einfach auf Chillich hier so einen gelben nochmal. Oh, Kürbis. Kürbis sind Müll, oder? Bis jetzt kam nur Müll aus den gelben. Ich habe ganz viel Kürbis bekommen. Ich mache mal jetzt hier auch so einen schwarzen Block auf. Oh, äh. Max? Perfekt, Digga. Ich dachte mir so, boah, du hast voll was Gutes bei so einem schwarzen Block bekommen. Digga. Geil. Ja, gut, habe ich gesagt. Man weiß einfach nicht, was passiert. Ich bleibe besser. Junge! Digga. Ey. Du hast einfach von einem riesen Magma-Würfel erschlagen. Ich lache dich noch aus. Was war das? Ich habe ein mystisches Item bekommen, endlich. Ich habe einen Bogen bekommen. Schlag. Stärke 3, Schlag 1, Flamme und Unendlichkeit. Alter, ich habe Sandstorm Blade bekommen. Was ist das denn? Sandstorm Blade, das ist 8,5 Angriffsschaden. Oh, ha. Schärfe 4, Bahn 4, Rückstoß 1, Verbrennung 2, Blünderung 2. Kann ich mal gucken? Kannst du mal einmal toppen? Ich könnte jetzt einen 31er machen, aber... Alter, wie krass ist das denn? Das sieht aber heftig aus, ne? Blünderung, das hat ja alles drauf. Ist schon nicht schlecht. Okay, hier, hier, hier. Krass. Und dein Bogen? Ja, guck mal hier. Okay, wir brauchen mal Holz oder so, ne? Wenn wir irgendwie einen Baum oder einen Setzling bekommen. Das wäre nice. Okay, oh, hier unten ist so ein blauer. Ich mache den mal auf. Mach mal den. Oh! Oh, Smaragglock. Ja, ich kann den nicht abbauen. Ich habe noch nichts. Okay, ich kann den abbauen. Ich habe eine Steinpicke. Ja, okay, okay. Willst du mal raus? Willst du mal mitnehmen? Ja, bei so einem Creeper kann es halt sein, dass auch Villager rauskommen und wir gleich OP-Sachen traden können. Was war das? Ah, Eisensachen. Aber leider nur ein Schwert und eine Eisenhacke. Willst du das Schwert haben? Brauchst du einen Lackern? Ja, gib mal her, gib mal her. Bro, ich habe drei Widder-Skelettschädel und Seelensand. Ich kann dir einen Widder-Skelettschädel und Seelensand. Was? Nein, mach es nicht. Mach es nicht. Ja, okay, das heben wir uns auf. Okay, warte. Ich habe halt ganz viel Quarz. Aber was weiß ich nicht? Komm, lass mal jetzt hier ein bisschen Gas geben. Mal gucken, dass wir was krasses geben. Oh, nein! Hey! Nein, nein, nein. Tut mir leid, Lukas. Junge, was machst du denn? Aber die jagen alle dich. Nein, die jagen mich doch. Bro. Wir schaffen das. Oh, nein! Du hast mich gekillt. Nein, nein. Nein, das hast du nur so... Nein, also... Ja, stimmt. Steht nur so im Chat. Nein, ich weiß es nicht. Alles Gutes. Ja. Digga, ey. Von den Gälen machen wir jetzt einfach mal alle ein paar auf, oder? Ja, lass mal jetzt ein bisschen Gas geben hier. Okay, was ist hier? Ein Hase. Killer-Kaninchen! Das war kein Häschen! Wurdest du einfach gerade random von einem Kallischen kill? Bro, das Killer-Kaninchen ist hier immer noch. Kannst du ihn bitte töten? Kannst du es bitte töten, das Gälen? Es kommt auf mich! Hab's gekillt. Danke. Ich hab Lucky Potion. Fünf Stück. Nee, acht Stück. Lucky Potion? Plus 100 gelungen für Luck. Okay. Oh, guck mal! Wenn man die wirft, kommt voll was raus. Ey, Bro! Wir haben jetzt kein Essensprobleme mehr. Ja. Okay, das ist geil. Alter! Oha! 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 Und Bamm! Rüstung! Du hast eine Rüstung! Geil! Hey, es ist so random, was man hier bekommt. Wirklich. Bamm! Oh, Herzen! Okay, man hat Herzenbekommen... Oh! Nicht, das ist ein Killer-Kaninchen! Nee, das ist normal, das ist normal. Da kommt nur gutes Zeug. Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Wir brauchen jetzt mal langsam krassere Sachen, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt... Komm, wir gehen mal hier rein einfach. In den Creeper rein. Und, ey, wir können die Rüge mal hoch. Warte mal. Wir bauen uns hoch. Lass mal auf den Kopf gehen. Wir brauchen halt Blöcke. Wir haben gar nichts, ne? Ja, nein. Wir einfach hier innen drin. Stück für Stück. Was ist das denn? Oh, oh. Da ist ein Hebel. Soll ich den drücken? Ja, drück ihn. Wie du immer wegläufst. Drück ihn ruhig. Ich hab gedrückt! Hä? Hä? Warte, irgendwas passiert. Oh, Tete! Ich wusste mal, es ist okay. Ja! Oh mein Gott, aber guck mal. Man kann reingehen. Oh mein Gott, was hier alles gibt. Voll gut. Ich seh hier gar nichts, leider. Ja, ist sehr dunkel. Ich hab auch noch fünf Pechstränke. Die kann ich auch noch werfen. Mach mal. Mach mal. Aber da hinten. Mach da hinten. Ich guck nur zu. Junge, du bist so ein 31er, ne? Hört doch auf, auf mich zu werfen. Ja, GG. Danke. Was ist das denn? Was ist das? Bro, guck mal hinter dich. Äh. Äh. Willst du uns töten? Ja! Au! Ding, aber warum immer ich? Ey. Oh mein Gott, wie viele? Achtung, Lukas. Da sitzt ein Skelett oben drauf. Oh mein Gott, guck mal. Ich hab hier Lucky Ball Shops. Let's go. Da ist ein Creeper, Creeper, Creeper. Ja, das ist ein guter, das ist ein guter Creeper. Ah, ich... Ich hab's gewerkt. Meine Sachen sind weg! Warum sind deine Sachen weg? Weil mich der Creeper einfach aus dem Leben rausgeschossen hat. Der hat mich zehn Kilometer von dem Lucky Block Ding weggemacht. Ja, das ist natürlich doof, ne? Als ob ich jetzt von vorne anfangen muss, Freunde. Oh mein Gott. So, pass auf. Zack. Mach du dir erstmal komplett Rüstung. Oder lass doch aufsplitten unter uns. Nein, mach dir ruhig Rüstung. Egal. Wir finden noch mehr Dias für mich. Weil du hast gerade eh krassere Sachen. Oh, Goldschwert hab ich mit Schärfe fünf. Okay, paar krass Sachen hab ich. Ey, Bro! Hä? Nein, okay, das geb ich dir jetzt. Koste. Guck mal, was der Silberfisch gerade getroppt hat. Gönn dir, Bro. Gut. Hey, warte mal. Lest dir das mal durch. Das gibt's eigentlich gar nicht in Minecraft. Die Verzauberung. Schuss, Explosion, Schuss. Alter. Feuerschutz? Man kann doch nur eine Art von Schutz normalerweise haben. Der Bro, der ist das OP-Hahnig. Oh mein Gott. Guck. Nein. Da! Hab ihn. All top. Oben ist noch irgendwas ganz Großes. Das ist ein Spawner. Das ist ein Spawner. Das ist ein Spawner. Ich kenne ihn. Da ist ein Gas-Spawner, Bro. Netherite. Er hat Netherite getroppt. Nein. Bro, guck mal. Ich kille diesen Riesenzoll. Ich hab den Riesenzoll. Oh mein Gott, let's go. Wir müssen oben unbedingt das Ding jetzt noch wegmachen. Guck mal, da ist ein Gas-Spawner. So, erstmal ratzen. Ich bin wieder voll. Okay, okay, okay. Ich mach den nächsten Pinko. Okay, was ist das? Ein Diablock. Oh mein Gott. Hast du eine Eisenpickaxe? Äh, nee. Ich auch nicht. Aber warte, warte, warte. Ich hab die... Nein, aber die hat Behutsamkeit drauf. Ja, das bringt uns nichts. Guck mal, was ich gerade noch gesehen habe. Wenn du Lucky-Blöcke... Ja. Ich hab die jetzt schon weggehauen. Wenn du die in der Hand hast, steht da drauf, wie viel Luck die haben. Hast du nicht eine Behutsamkeit-Axt? Ja, ja. Luck 0 hat der jetzt zum Beispiel. Überhaupt nichts? 0. Probier mal noch ein... Äh, probier mal die zusammen zu craften. Lol, mit Diamant hat's Luck 12 dann. Mit Diamant? Ja, Luck 12. Okay, Freunde, ich hab grad wieder alles verloren. Max, wir müssen jetzt mal konsequent richtig durchziehen, Junge. Ja. Also, guck mal, ich hab grad... Ich glaub, ich hab deine Pickaxe gefunden mit Wutsamkeit. Lass mal ab jetzt wirklich... Hast du noch Dias? Ich hab noch Dias. 2 und 3 Stück. Wie viel? 32. Okay, lass mal wirklich nur noch Sachen zusammen craften. Okay. Und ich glaub, hier bekommt man Rüstung draus. Aus denen hier. Aus den rot-blauen. Ja, mach mal. Weil jedes Mal hab ich da nur Rüstung bekommen. Nur mal ein paar von denen Blöcken. Mhm. Willst du mir die Dias mal geben? Ja. Wieviel hast du? Äh, gar nix. Ich hab gar keine. Ach, gar nix. Warte, hier 16 Stück. Wir brauchen jetzt mal wirklich OP-Loot. Ja, nimm du auch. Okay. Wie machst du das? Immer wieder craften? Gelag 6. Ja, okay. Ja, immer nur einmal. Zack. Du kannst die... Oh, okay, das geht. Du kannst immer wieder ein Dias drauf machen. Ich hab schon 24. 30. Okay, ich hab jetzt auf, äh, 30 Mal gemacht. Und 6... Bro, ich zieh durch. Wie viel kann man denn machen? Machst du nur einen, machst du nur einen, okay. 48, 54. Oh mein Gott. Hoffentlich kriegen wir da jetzt mal richtig ein Rüstungszeug raus. Ohoho. Was hast du? Toll, Digga. Da kamen Goldner und Diamant-Hahnig raus für ein Pferd. Hat sich ja richtig gelohnt. Geil. Okay, ein Trank. Okay, ich hab 96. Mehr geht nicht. Bist du bereit? Soll ich probieren? 96, ja. Okay, wenn da jetzt nichts Krasses rauskommt, dann ich geb die Hoffnung auf. Toll. Chicken. War ja ein krasser Lucky Block von dir. Das war Lack 96. Digga, du hast alle Dias-Rafi-Kloss. Und ich krieg Hähnchen. Hä? Ey, mein Hähnchen. Was ist das? Bro, du hast einfach ein Gefängnis gespawnt. Oh, ich hab einen Trank bekommen. Vergiftung, okay. Schon mal sehr strong. Wir gehen jetzt zum Creeper-Kopf. Da sollen die besten Sachen sein. Oha. Warte, ich bekomme auch gerade. Verzauberungstisch und Erfahrungsflächen habe ich bekommen. Das ist 10 Rüstung. Alter, Bro, ich hab hier Picklings-Helmet. Ich hab jetzt schon drei müthige Helme. Geil. Ich seh hier gerade gar nichts mehr. Au, au, nein, nein, nein. Okay, ich hab ein paar gute Sachen gerade. Oh mein Gott. Bro. Max? Ja? Äh, hier war gerade so ein Zombie, der hat mich getötet. Der ist gerade irgendwie gestorben. Digga, der hat ein komplett verzaubertes Tierzeug. Boah. Oh mein Gott, Freunde. Let's go, Junge. Und ich kann dir sogar noch einen Schutz-1-Helm und so geben. Feuerschutz-3, Explosionsschutz-3, alles. Ey, Alter, Lukas, hier oben im Kopf, du musst unbedingt mal hochkommen. Hier sind doch voll viele Laternen. Hier ist alles ausgeleuchtet. Wo bist du denn? Ganz oben, oder? Oh, ich seh's. Warte. Ey, hä? Glück 5 habe ich hier einmal bekommen. Digga, ich glaube, hier oben sind die richtig guten Blöcke. Hier kommt gerade nur gutes Zeug. Sind da andere Lucky-Blöcke oder dieselben? Nein, das sind dieselben, aber die haben... Alter, Scientist-Lag. Bro, die haben alle Lack 100 gefühlt. Lack 100? Ja. Warte, ich bin hier. Wie viel haben die? Warte, ich habe Behutsamkeit. Ich baue noch ab. Okay, nee, der hat Lack 0. Feuer-Lacky-Blöcke. Bro, bro, ich kriege hier nur gutes Zeug. Guck mal, ich habe noch eine zweite Hose für dich, eine Scientist-Hose. Oh, Ehre. Ich habe gar keine Hose gerade. Geil. Ja, ey. Was ist das? Hier sind die OP-Blöcke. Guck mal, wenn das hier krass ist. Nee, TNT, TNT. Achtung, ah! Oh, Mann, ey. Das war doch nicht die OP-Lacky-Blöcke. Ich kriege nur gutes Zeug. Aber hier oben ist noch alles. Hallo? Ey, Bro, frag nicht. Alter, was? 20 Minuten später. Okay, weißt du was? Ich habe wirklich wieder nichts mehr. Ich bin gebrochen, Digga. Komm, wir... Oh. Oh mein Gott, guck mal. Was hast du? Achtung, spinnen. Nettler-Ride-Helm. Einen Exo-Helm. Warte. Exo-Chess-Blöcke. Oh, guck mal. Nein. Du, als ob du die auch hast. Bro, bro, ich habe gerade die OP-Waffe bekommen. Welche? Der Morbius-Lucky-Spare. Zeig mal. Ist das das, was ich am Anfang hatte? Ich weiß es nicht. Ja, das ist der von am Anfang. Ah, der Morbius. Oh mein Gott, hier. Bro, der ist zu strong. Hast du noch was zu essen? Eine Hose. Scientist-Hose. Okay, es wird krass langsam. Äh, ja, nur Bären hier. Und ein Brot. So, Leute. Ich bin jetzt hier ganz oben auf dem Creeper-Kopf. Bro, hier sind Sachen für ein End-Portal. Hä? Oben? Damit können wir ins End gehen und den Endertrachen auseinandernehmen. Oh mein Gott. Okay. Ich habe selber vier. Aber wie viele sind da oben? Sind da alle? Ähm, wie alle? Ja, also genug, um das End auch wirklich zu öffnen? Ja, ja, da ist genug. Okay, nice, 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 nice. Freunde, ich sage euch ehrlich, es macht keinen Sinn so. Ich mache jetzt einfach die ganze Zeit, ich spame einfach Blöcke und sobald wir was Krasses haben, gehen wir den Endertrachen klatschen, okay? Ja, safe so. Lass einfach so machen. Komm. Abfall. Okay, es sind noch ganz viele Kisten. Okay, ich habe schon mal eine nicht so schlechte Rüstung auf jeden Fall. Sehr gut. Oh, ein Riesenzombie. Er ist tot. Nice. Und ich habe einen Bogen bekommen. Ich habe diesen Lucky Bow. Oh, der ist das Beste. Den du auch hattest. Der ist nice, ja. Wild. Zack, was habe ich noch? Ich habe zwei Morbin-Sticks, wenn du einen willst, kannst du auch einen haben. Mit Stärke, der gibt Schnelligkeit, Leuchten, sanfter Fallen, Nachtsicht und Regeneration. Nee, ich bin gerade irgendwo drin. Ich spame gerade einfach nur alles auf. Okay, nice. Oh mein Gott. Bro. Oh, ich habe einen, äh, wie heißt das Ding nochmal, was Stu die ganze Zeit hatte? Ah, Dreizack. Dreizack bekommen. Okay, Freunde, Dorito-Blöcke. Hä? Cyber-Dorito. 47, Angriffsschaden. Und noch eins. Und Flemmen-Dorito-Sword. Bro, ich habe zwei krasse Schwerter. Geil. Nice. Oh mein, warte, da ist noch mehr Loot sogar. Black-Dorito-Leggings. Die ist auch krass. Ey, du hast ja voll den Baba-Loot jetzt. Ey, okay, jetzt habe ich echt geile Sachen. Okay. Ey, äh, warte, was war das? Keine Ahnung, er fällt runter. Du hast halt vom Dorito-Bring. Ey, ich sage dir ehrlich, ich habe geile Sachen. Boah, bring mal ein bisschen was mit. Dorito-Leggings. Ich habe eine Pickaxe gefunden. Dorito, 21,5 Angriffsschaden. Seger. Okay, okay, okay. Ich sammle alles auf. Ich bringe dir gleich alles mit. Okay, das ist so strong. Hast du noch irgendwas Krasses? Ich habe so ein bisschen dieses Hero-Zeug hier noch ein bisschen gefunden. Aber ich glaube, du hast auf jeden Fall krasseres Zeug. Ey, Bro, ich sage dir ehrlich, ich habe ein Gefühl, diese Dorito-Dinger, da kommt nichts Schlechtes bei raus. Sind das die Big Baba-Boo-Dinger? Das sind die Big Baba-Boo-Dinger. Ich gucke gerade, ob ich für dich noch zwei, drei Sachen finde. Warte, da war ein Schwert. Da war noch so ein Schwert. Ich habe noch so ein Cyber-Dorito-Ding. Let's go. Und, oh mein Gott, noch... Ich habe noch Rüstung. Cyber-Dorito-Leggings für dich. Okay, ja, Bro, ich sage dir ehrlich, das reicht jetzt, Dicke. Ich habe übelkrank OP-Stuff. Wo bist du? Ganz oben. Warte mal, ich habe es übersehen. Bin ich, Digger, bin ich lost? Ich habe eine komplette Cyber-Dorito-Rüstung. So, warte, ich komme raus, ich komme hoch, ich komme hoch. Hier ist noch ein Diablock, aber brauchen wir nicht, ne? Nee, 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 ach Quatsch. Boah, aber nochmal Schuhe für dich. Die hole ich mit. Ah, nee, habe ich schon einmal. Ähm, also Helm und Haar nicht, aber alles gut. Dann nehme ich hier Exo und Ego ist alles gut. Boah, der ist ganz geil. Flamin-Dorito. Aber guck mal, welcher besser ist. Ich weiß es nicht. Ah, Explosionsschutz, Feuerschutz, Halbock, Wettdorn. Also, ja, der gibt halt einfach so 10 Rüstung. So, ist halt schon krass. Ja, das ist schon besser. Ey, jetzt ist noch eine Pickaxe, ich habe mich hier noch verbaut. Äh, warte. Black garlic, ja, hier, guck mal. Bro, die haben beide, meine auch, 21,5 Angriffschaden. Alter. Ich glaube, damit können wir schon fast one-shotten. Alter, kann man das hier überhaupt wegbauen? Ist egal, mach doch, bau einfach hier. Mach das einfach weg. Äh, mach einfach hier. Aber darunter muss ja Lava, deswegen. Vorsicht. Achso. Ich will erst hier noch das Zeug hier wegbauen. Oh, okay, hier drin ist gut. Oh, warte, was ist das denn? Oh, Bro, was ist das? Boyfriend. Da ist ein Bogen. Da ist ein pinker Bogen. Oh, stark. Warte. Ich dropp die Sachen weg. Oh, das müsste jetzt hier eigentlich funktionieren. Hier, Pickaxe. Schwach. Lucky Bogen plus 100. Was ist das denn? So, bin fertig, Lukas. Ja, warte, ich komme direkt, ich komme direkt. Ja, sehr gut. Ich habe auch noch Tränke gekauft. Komplett. Ah, geil, okay. Und ich habe ein Cyber-Dorito-Bode. Okay. Oh, Lukas, Alter, wo sind wir denn jetzt hier? Da ist er. Bro, was ist denn das für ein End? Alter, das ist ein ganz komisches End hier. Warte mal. Guck mal, oben auf den Bergen sind die Kristalle. Ja, okay, okay. Okay, warte, ich schieße direkt ab. Hast du einen Bogen? Ich schieße auch auf einen. Ja, habe auch einen kaputt. Oh, da kommen ja Verzauberungen beim Bogen. Da ist noch einer. Oh, let's go. Ey, da kommen Zombies runter. Bro, was ist das für ein Ende? Bro, das ist ein ganz, ganz crazy End hier. Schnell, schnell, schnell. Aber ich habe meinen Hero-Trank drin. Freunde, ihr seht schon, übel strong. Oh mein Gott, was habe ich für einen Aim gerade, Alter? Oh mein Gott. Und da steht keine Lebensanzeige. Okay, ganz komisch. Aber ich glaube, wir haben alle Regeneratoren weg von dem. Hast du die abgeschossen? Ich habe die alle weggezogen. Oh, du Macher, Alter. Ich habe gar nicht aufgeachtet. Digga, ich habe jeden Schuss getroffen. Okay, das ist krass. Du musst höher, ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Hier ist eh so eine Brücke. Ich gehe kurz hoch. Vorsicht, hinter dir ist TNT auf dem Boden, ne? Oh. Okay. Aber der greift uns auch an. Pass auf. Ich komme mit dir hoch. Dann gehauen wir jetzt weg hier. Oh, let's go. Oh, ich habe einen Mg. Bam. Weiter drauf, weiter drauf. Komm schon. Hit. Hit. TNT-Schuss. Hit. Hit. Boah, der kann nicht mehr viel haben. Ich höre sogar die Hitze jetzt schon alle. Bro, er... Digga, mein Bogen macht so viel. Der wird vorsichtig. Ey, wir dürfen nicht sterben. Ey, er ist oben rein. Ist er tot? Haben wir ihn gerade gekillt? Ich glaube, er ist gekillt. Ich glaube, wir haben es geschafft. Bro, uns Rundfubos zu will. Er ist weg. Das war's. Oh, mein Gott. Junge, jetzt... Ich schwöre es dir, ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, ne? Wie oft sind wir gestorben? Bro, natürlich mit unserem OP-Loot. Ja, okay. Da hatten wir aber auch kein OP-Loot. Aber warte, eine Sache wollte ich noch ausprobieren. Komm mal her. Oh, Gott. Nur gerade mal. Oh, oh. Alter, aua, aua. Aber okay, wir haben Regeneration wegen dem Ding jetzt. Ey, guck mal. Können wir überhaupt sterben mit dem Trank? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin tot. Ja. Perfekt. Ich glaube, es funktioniert. An der Stelle auch nochmal ein Riesen-Dankeschön an Dragon Mania Legends. Freunde, ihr ladet euch runter. Alle Links in der Videobeschreibung. Kuss geht raus für diese coole Kooperation. Und ja, Freunde, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.